Hallo, mein Name ist Eva-Maria Lechner. Ich bin Entspannungstrainerin und ich leite an der Paracelsus-Schule in Passau ein Seminar für progressive Muskelentspannung. Was ist das progressive Muskelentspannung? Das hat etwas mit deinen Muskeln zu tun. Du lernst in diesem Seminar, was es heißt Muskeln anzuspannen und wie man das macht und vor allem wie man sie wieder loslässt. Wie man sie so locker lässt und total entspannt. Du lernst den Unterschied, das ist wie ein Führerschein für den Körper, deine Muskeln in den Griff zu bekommen, Körperwahrnehmung zu lernen. Und wenn du es kannst, dass du einzelne Muskelgruppen entspannst, dann kannst du auch dein Vegetativum runterfahren, dann kannst du deine Gedanken zur Ruhe bringen und dann kommst du wieder bei dir an und kommst besser mit dem Stress, den du im Leben hast, zurecht. Wer interessiert sich für so ein Seminar für progressive Muskelentspannung? Manche Leute kommen einfach nur für sich selbst, um dieses Tool für sich selber zu lernen. Andere kommen, weil sie es einsetzen können in ihrem Beruf, weil sie aus medizinischen Berufen kommen, aus pädagogischen Berufen. Für Heilpraktiker ist es wichtig, für Heilpraktiker, für Psychotherapie. Im Prinzip ist progressive Muskelentspannung auch eine körperorientierte Psychotherapie. Ich arbeite seit über 30 Jahren erfolgreich mit der progressiven Muskelentspannung, sowohl mit Gruppen als auch im Einzelcoaching und konnte damit schon vielen Menschen helfen, runterzufahren und wieder ihre Mitte zu finden. Ich hoffe, ich kann auch dich im nächsten Seminar begrüßen, damit du auch davon profitieren kannst.